ja auch das nehmen wir leben kann man auch das klingt alles gut ich will hier ein begifteter see dann gucken wir mal da rein was gibt es denn hier drin schönes es sieht sehr dunkel aus ja ich kann nicht hören muss man einen weg gibt es ja nicht sehr dunkel ähm ein bisschen bei kapitel 4 muss ich das jetzt hier alles aufsuchen so viel wohin wird es auf gesagt wird das gespeichert hier gibt es irgendwas also ich kann das anscheinend alles krieren weil es hier was gibt was zum leben erwecken kann ich kann doch jetzt hier nicht stundenlang dieses zeug aufsaugen oder alles herr mit ich saug alle drauf ich sauge alles ich gehe erstmal hier weiter schrupp 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 wahrscheinlich muss ich hier nicht alles aufsaugen na komm ich muss ja eigentlich nur den richtigen weg finden wo ich land muss wo ich land muss die die kann ich auch ne da komm ich hoch okay das kriege ich wahrscheinlich erstmal nicht weg was gibt es hier noch schönes ich sehe die sicht klären klären nicht klären jetzt kann ich hier drauf rum gehen okay der schießt einfach aber wenn er wieder hierher schießt dann ist doch wieder alles verseucht hier komme ich weiter so 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 ich sauge und sauge und sauge so so das überhaupt aufgesorgt richtig nicht so wirklich ne so so jetzt nicht weniger wenn ich nach unten sauge so dann gehen wir erstmal hier einfach so weiter und will ich mir das ein oder kommen manchmal so wellen von gang auf mich zu Ah, guck mal, hier haben wir mal ein bisschen Sicht. Sehen wir ja mal wieder was. Weg mit dem ganzen ekelhaften Zeug. Huch, da bewegt sich wieder was. Direkt aufsaugen. Alles direkt aufsaugen. Weg damit, weg damit. Hier kommt ich saug' ich auch auf. Oh, hallo. Hallo. Von hinten noch irgendwas? Da kommt schon wieder was angeflogen. Wo soll ich auch sagen? Nö. Ich bin schon weit weg. Aber dich kann nicht bestimmt aufsaugen. Kommst doch bestimmt nahe genug. Kam. Leider nicht. Aufgesaugt. Aufgesaugt. So. Haben wir noch Gegner? Da sind noch Gegner. Weg damit. Ich sammle euch alle. Easy. Äh, was war das hier? Speinepilz. Da gibt mir Rezessen. Sechs, sieben, acht. Und was zum Scannen. Was ist das? Hier komme ich noch wieder zurück. Ähm, die gibt's auch jetzt mal in der Teil. Ähm, ich hab schon mal gescannt. Ähm, hab ich auch schon mal gescannt. Ja. Ja, langsam greift er mich hier an, ne? Gefällt mir so gar nicht. Ähm, ich hab schon mal gescannt. Man muss wenn man dann da sagen muss, Garten. Garten? Haha. Ja? Das ist bei einem Rotten. Soak-soak-soak-soak-soak. Das ist aber auch schön, ganz schön. Das ist aber auch schön. Solange das nicht alles wieder komplett zurückwächst hier, kann man sich ja die Arbeit hier ruhig Machen Kein Fleiß, kein... Oh, kein Fleiß ohne Preis, ja. Ohne Fleiß, kein Preis, so gut. Saug, 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 saug. Irgendwie wird's grün dahinter. Ah, weil er so ein Leuchtepilz ist. Möchte ich scannen? Nein. Aber da kann ich runter, oder ich schieße einfach mal da drauf. Das gibt mir nix. Da ich hier eh nicht weiterkomme, würde ich sagen, ich gehe hier mal runter. Erstmal greift der an. Wegsaugen. Alles muss raus. Kannst mal ein bisschen Platz schaffen. Ja. Ich merke das, wenn du mich angreifst. Eine Luke. Ein uraltes Bedienfeld. Ah. Ah bumm. Ja. Weil ich jetzt... Was? Warum ist das jetzt genau, weil es explodiert? Ich hab nicht zugehört. Oh, ich bin sehr Angst. Erstmal habe ich das Ding in der Radeo eingestellt. Und ich habe in der Mitte versucht, und dann kam das Geräusch. Und dann kam das Geräusch. Und dann kam das Geräusch. Und dann kam das ganze Ort. Mit den Räubern abläuft. Die Luft ist leichter. Und die Energie der Energie kam aus dem Schrauben. Ich weiß, nicht wahr? Es war wie diese Megagut. Und ich war... Es war... Es war... Ich öffnete eine Hatsch auf der Piste. Und es war diese... Energie. Oh, ich bin... Äh... Hm... Hier gibt's... Pilze. Hm... Was ist denn jetzt der richtige WQ-Tag? Hast du jemanden? Hier gibt's Pilze. Ähm... Ich folge einfach mal den Pilzen. Wupsala. Das Ort macht mich über die secreten Garten, die ich überrascht hatte. Kennst du? Als ich ein Kind war? Du wirst mir nicht vorstellen, dass du ein Aventurer in einer Pistole zu sein. Wer auch? Ich würde sicher nicht. Ich folge die Piste. Du, 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 du. Ach so, ich soll dem, dem... dem... dem Horn folgen. Dem Horn? Würde ich dem Horn folgen? Warte mal, von hier bin ich ja gekommen, ne? Uh, da unten gibt's Zeug. Ich will Zeug. Oh, ah, ok. Da, da unten geht's, äh... Warte mal, wie komm ich denn da hin? Komm ich jetzt hier durch? Da hinten geht's auch da hoch. Einfach anders rum gehen. Manchmal kann die Lösung so einfach sein. Hoppla. Hoppla. Okay, dann würde ich sagen... Guck, geht das? Ja, es geht. Mal gucken, was uns noch alles erwartet. Achtmal Metall... Achtmal Metall... Okay, hier we go! Kann ich hier irgendwas scannen? Nö. Muss ich auch nicht. Harte. Na dich, schade! Neuer Ort. Weg durch die Schlucht. Oder weg durch die Schlucht. Der Geist. Boing. 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 Schau mal an diesen Ort. Keine Gunk. Eine wunderschöne Natur. Erstmal... Ah, da gibt's einen... Signalbarke aufstellen. Hm, ich frage, will ich nun wieder zurück? Eigentlich nicht, ne? Material habe ich dann... Geht so... So, warte mal, hier kann ich ja eh gucken, was ich mir kaufen kann. Nichts. Ich kann mir einfach nichts kaufen. Ich hab für nichts genügend Materialien. Nice. Du, 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 du... Du, 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 du... Reicht das? Ja. Sehr schön. Ähm, aber gefühlt gab's noch einen anderen Weg, oder? Was gibt's hier noch? Achso, ne, das ist der Weg. Aber hier gibt's noch tatsächlich Material. Faser. Metall, nice! Ah, talked ein wenigstens mit Kunden. Metall habe ich echt nicht so viel. Aber natürlich hier vom wenigsten tatsächlich. Bam-bam-bam-brak-u-un. hier könnte ein durchgang sein dann gehen wir da mal durch durch den durchgang kapitel 5 energisch durchquere die höhlen das höhlen sind und keine höhlen dann sollte man das hinkriegen da komme ich noch nicht hin dann muss ich wohl hier runter irgendwo muss es doch wieder so ein bumm ding geben das ist wieder erz oder metall die frage wo ist der bumm bum ist der bumm bum oben da ist der bumm bum ja lights on lights on im den 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 gut dunkel dann ist sie dann bumm bumm warte mal warte mal warte mal der fällt doch hier runter Aber ich kann ihn auch fangen. Easy. Jetzt bin ich an der Ebene wieder hoch. Okay. Das nehmen wir auf. Kommt, euch will ich auch aufnehmen. Na, Metall. Metall nehme ich auch. So, dich kenne ich ja schon, ne? Ja. Rechte, ne, ist toll. Oh, eine Tür. Ne, doch nicht. Ist ein Verlor. Wieder kriechen angesagt. Neuer Ort, verlassene Mine. Neuer Ort, verlassene Mine. Ja, dann sammeln wir das mal auf. Schluck, 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 schluck. Wo ist denn der andere fliegen, ne? Da. Die haben wir auch. Ich hoffe mal, das stürzt nicht ein. So, da kann ich jetzt stehen. Sehr schön. Weg damit, weg damit, weg damit. Wann mal, das kann ich scannen. Oh? Ja. Hängebrücke bei den Ruinen. Eine Plattform, die dabei hilft, Hindernisse zu überqueren. Mechanisch ausgelöst. Das heißt, die kann man drehen? Wann mal, was bist denn du eigentlich? Warte mal. Guckt er schon die ganze Zeit mit mir rum? Ne, ne? Hi, was bist denn du da oben? Hm. Ne, so rum. Kluck, schluck, 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 schluck. Ja. Ich muss hier auch nicht scannen. Weg. Weg. Genug weg. Ja, alles aufgelöst. Kann ich jetzt mit dieser komischen Drohne da sprechen? Ja. Ja, da wo ist eine Drohne hin? Ja, da wo ist eine Drohne hin? Endlich. Ich habe versucht, die Interferenz zu verbrechen, aber unser schäferes Werkzeug ist nicht so viel zu arbeiten. Gute Nachrichten. Ich habe die Pipe wieder gefunden. Sie hat es? Das ist großartig. Das ist großartig. Ich habe es mit dem echt nichts gemacht. Hm. Merkwydisch. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Hinschrift. Eine Tafel mit Inschriften in einer außerirdischen Sprache. Höhen. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ein Aufzugsplotter aus dem selben robusten Material wie der Rest der Ruinen. Könnte im aktiven Zustand dabei helfen, die Umgebung zu durchqueren. So, kann ich drauf schießen? Ah, vielleicht da drauf schießen. Aha. Ich kenne ich schon. Hier hast du noch mehr Inschriften. Okay. Einfach nur Inschrift. Kann ich das Ding jetzt mal drehen? Weil ich würde da gerne hin. Da komme ich nämlich nicht ran, oder? Nee. Nicht ganz. Ah, da gibt es so ein Ding. Das einzige, was ich machen kann, ist gerade rüberlaufen. Ah, hier gibt es auch wieder Gangzeug. Kann ich das schieben? Kann ich das schieben? Aktiviere den Schalter, äh, die Schalter. Ja, so ein Plural. Dann laufen wir mal da hoch. Das sammeln wir noch ein. Ah, muss ich denn da in bestimmten Reihenfolge ziehen. Immerhin Lüftungssystem. Okay, das war nicht richtig. Ach, guck mal, hier unten komme ich jetzt lang. Dann springe ich doch mal hier runter. Guck mal, jetzt drehen sich die Sachen mal, das ist doch schön. Und ein Fahrstuhl, der da seinen Schalter hat. Da hat doch vorhin die Drohne, glaube ich, reingeguckt, oder? Kann das sein? Was ist das? Kann ich das scannen? Nö. Äh, blö, jetzt wird es aber schwindelig hier. Was ist das so schön? Was ist das so schön? Kann ich hier was scannen? Nö, auch nicht. So viele Drehdinger. Da kommt ein heißes Fluss von Wasser, der von unten kommt. In dieser Umgebung scheint es riech in Mineraldepositen zu sein. Was ist das? Das war eine Mäne? Es sieht aus, wie viele der Kavernien natürlich sind. Woop! Woop! Noch ne Plattform... Was bist du? Scanny... Döner! uhren von kopf sieht informativ gibt informationen über aktive systeme wenn ich das jetzt aber ich kann einfach mal schießen so schon wieder die tür äh noch mehr dreh dinge so da habe ich bum 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 nämlich um sachen bumm zu machen und dann gucke ich dahin und sehe es gibt materialien für mich nämlich doch jetzt dreht sich das ding und dann hüpfen wir da drauf da hätte ich gedacht dass ich da irgendwie dran vorbeikommen ok das hat nicht funktioniert oder wo bin ich jetzt ah guck mal da ist noch was was passiert wenn ich das ding hier da reinwerfe nein das funktioniert nicht warte mal wo wollte ich überhaupt lang da will ich nur ähm ich bräuchte irgendwie diese pflanze da die hier an dem ding wächst das brauche ich dann komme ich auch hier rum so einfach kann das sein ach ich bin wieder in dem raum sie mal einer guckt ok war getroffen muss ich jetzt hier wieder einfach drück und runter scheint so so haha jetzt dreht sich das nämlich auch alles hoppa dann komme ich jetzt nämlich auch da hinten hin aha aha oh das war knapp wo muss ich denn jetzt überhaupt lang gehe ich jetzt richtig muss jetzt hier wieder raus hier dreht sich noch nix hier dreht sich noch nix vielleicht gibt es halt diesen gelben Fahrt muss ich jetzt hier wieder raus was war meine aufgabe ich quere die außerirdische mina nee dann muss ich muss ich doch jetzt nicht hier lang oder bevor ich hier den ganzen weg wieder zurückgehe gucke ich nochmal ob ich nicht irgendwas vergessen habe ob ich hier nicht irgendwas übersehe hier dreht sich irgendwie nix hier arbeitet alles kommt ich komme ich hier noch irgendwo hin es sieht irgendwie so aus als wenn ich tatsächlich raus müsste und es halt diesen weg zurück irgendwie gibt warte mal da gibt es noch ein zeug so vielleicht könnte ich auch einfach mal hier lang so einfach hier gibt es wieder gefährliche sachen und jetzt auf mich zu ja weg damit das will doch keiner haben das zeug muss ich jetzt die ganze zeit damit rechnen dass du komische dinge auf mich zu fliegen finde ich jetzt aber nicht okay was bist du kann ich die scannen nö ich kann dich nicht scannen da muss ich bumm machen da muss ich bumm machen finde ich okay den einmal zu geben oh hallo feine fiecher hä wo denn ja das noch mal noch so einmal kurz hier regenerieren so 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 Das war so ein Kiecher-Ding. Das war ein Kiecher-Ding. Und weg damit. Sehr schön. Finde ich hier irgendwas, was ich sammeln kann? Oder... Ah, hier. Ich bin schön. Ja, was irgendwie mal ganz nett wäre, wäre jetzt noch mal wieder so ein Blutending. Okay, hier muss ich anscheinend runter. Oh? Abgeschossen. Aua. Okay, neue Gegnertypen. Finde ich gut. Wenn die so schießen können, das macht es immerhin deutlich interessanter als diese kleinen Viecher, die auch reinzulaufen. So, komme ich von hier aus weiter? Wenn wir nicht, ist es alles gut, was wir tun haben? Ich habe etwas Kiechen gemacht. Das Haus sieht gut wie neu. Und das Luft ist leichter hier. Kannst du nicht nur um die Gunk? Du solltest auf die Pfeil fokussieren. Na ja, die Gunk schlägt alles auf. Ich kann nicht mehr weiter, ohne es zu entfernen. So, komm ich mal nicht mehr aus weiter, oder? Hm, da unten fand ich was kaputt. Kabumm! Ach nee, Mann, das ist ja nur was los. Ist auch okay, aber... Ich kann mir immerhin mal wieder was leisten. Das ist schön. Hier kann ich hochklettern. Wie komme ich denn da am besten hoch? Ich brauche einen anderen Scherz für diesen Türkei. Ja, 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 ja. Das Schild hab ich schon gefunden, aber ich musste nur noch hin kommen. Weg mit dem Zeug. Entschuldigung, okay? Warte. Es ist nicht, dass ich nicht auf den Preis fokussiere. Aber schau mal an das Ort. Das ist nicht so, wie es hier ist. Blech mit der Viecher. Das ist so ein bisschen Labyrinth-mäßig jetzt gerade. Gut, auch da finden wir durch. Uh, this looks like trouble. Trouble always inbound. Hier kann ich mich doch bestimmt verstecken. Das kann ich doch. Okay, warum kann ich die denn nicht? Oh, Sala. Warum greifen die denn nicht an? Ja. Oh, von der Nebengeschossen. Aua. So, jetzt reicht's mir. Der muss erstmal weg. Der nervt. Aber der macht es jetzt tatsächlich deutlich interessanter, finde ich. Puff, weg mit dir. Der Gegnertyp gefällt mir. Ach so, hier hätte ich auch einfach rumlaufen können. Nee, warte nicht runterfallen. Okay. Gerade in Verbindung mit den Kleinen? Schon mal. Das ist cool. Der geht, der geht raus. Der geht weg. Da- atmig. natürlich nicht weil ich doch da drüben holen muss dann laufen wir einmal hier reißen das hier raus das dorthin und nehmen es wieder mit um es dann dort reinzuwerfen um es dann dort reinzuwerfen läuft erstmal hier also optionales ding wieder gewesen dann gehen welche weiter doch hier bestimmt gleich raus ich sehe hier wieder so ein schießding Nö, noch sehe ich keinen. Spring! Ach, mir geht's. Zieh dich hoch. Hm. So, schon wieder alles weg. Oh, hüpp. Oh, hüpp. Faser 8. Ah ja. Wie riesig ist diese Höhle, ey. Ja, das ist schon wieder so ein Ding. Kann ich aber wahrscheinlich nicht einfach rüberspringen, oder? Hier wir gehen wieder. Nö. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Aber wie komme ich denn jetzt an den da ran? Kann ich den abwerfen? Hä? Wer kommt da her? Das Team mit der Kanone nicht abschießen kann, das ist echt ärgerlich. Irgendwo da hinten existiert anscheinend noch einen, der schießt. Ja, da existiert noch einer. Ja? Oh, oh! oh so jetzt wird es gut geschossen jetzt kann ich das zeug hier auch mal aufsammeln wo kommst du schon wieder her ich hätte mich erwischt ja kommt kamera nein ich will nicht gucken wie die tür geht hier noch mal kurz gucken gehen gucken ob ich hier noch irgendwas sammeln da gibt es nämlich noch was was ich reinwerfen kann und sogar in zwei stellen und dann nehmen wir das ding noch mal kann man kurz da einwerfen metal noch mehr metal organisch ach da gibt es noch so was zum unterlassen auch da brauche ich nicht mehr was da noch etwas war da war noch einer dran den hier kann ich mal runter lassen das ist okay das passt richtig gut geht nicht ich will die setzen ich wollte jetzt nämlich um 8 uhr die blockgelenktik wechseln das mich bieten setzen dann können wir in person reden signal bar gesetzt ich glaube tatsächlich schon relativ weit im spiel also gefühlt also keine ahnung was alles kommt aber fühlt sich auf jeden fall schon recht weit an das hier nehmen war dann würde ich hier das aushalten noch nehmen ich kann noch was nehmen auch absolviere gang um für kurze zeit schneller rennen zu können ich kann mir nicht ganz beides leisten und mir fehlt ein eisen und was ist denn das ganz links film mit drei und eins richtig knapp so kann ich speichern der speicherte bestimmt automatisch spielstand speichern beispiel stand okay sicherheits speichern da geht zum hoffmenü gut knack knack da haben wir bitte ja dann wechseln wir gleich zu deep rock galactic ich gehe schon mal in den chat rein ich starte gleich schon mal das spiel und die stream beenden drücke ich nicht ich starte das spiel gehen noch mal eben fix auf klo bin dann gleich wieder da guten abend guten abend zu so können wir dem aber noch mal bescheid sein mal gucken ist denn der der nur auch da hallo bist ja schon im discord ja bin schon da gerade noch auf klo zurück aber irgendwie hatte ich den den sprachkanal nicht im fokus natürlich schade aber ach nur ein warum denn fünf bier ich muss erst mal bier trinken fünf stück ich muss fünf flaschen oder schluck oder hier die 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 zwergen biere ach guck mal die sind ja sogar kostenlos dann trinken wir mal fünf von den standard bieren den eilio mann stream deck wieso hast du dann schon wieder keine berechtigung hier autorisiert nur willst du denn mit zocken ich will das bier trinken aber du bist schon drin das ist gut dann kann ich immer schön zwei biere trinken geht ein bisschen schneller so bier nummer zwei also noch sehe ich tatsächlich nichts kommt das erst beim dritten tachchen falls du etwas gesagt hast kann ich dich nicht hören jetzt geht's los jetzt geht's los das bier haut rein so und zum guten abschluss gibt es noch mal einen slayer stout hast du halt hier auch warten können bis da nora drin ist noch ach verdammt noch bin ich nüchtern genug um schneeballschlacht zu machen so hier kannst du den slayer stout gönnen aua und jetzt hat er dir kein bier mehr gemacht ach du scheiße das bier haut rein ach so ich muss ja eine mission auswählen was hättet ihr denn gern für eine mission was habt ihr denn am laufen ich habe das holiday assignment ding noch naja du auch nora ich hab grad weil ihr die gleiche mission habt ok dann machen wir einfach das hier oh ich bin hier die treppe runter gegangen boi ach so warte mal ich will ja gar nicht driller spielen moment er will gar nicht driller sein ich will hier den hier spielen und ich bin trotzdem noch gleich stark besoffen tja es ist nicht aufgegangen hätt' ja klappen können nö nö ist mal gut so ich kann aber auch gleich immer schön zwei plattformen setzen damit du überall stehen bleiben kannst meinst du zwei stück reichen ach als würde der darunter tänzeln ok du 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 das kann ich noch erkennen irgendwie treffe ich das ist aber dann hattest du denn eine schöne weihnachtszeit würde ich so behaupten das ist doch schön ja auch so war schön entspannend und ruhig nicht viel los gewesen kann ich ja hier mal das gold ein besoffener scout fliegt rum das schöne ist wenn man sich irgendwo ran zieht du hast eine gerade die du fliegst kannst einfach nicht schief liegen ein windkanal da hinten noch da ist ja alles voll gold das habe ich ja noch gar nicht gesehen ich versuche auch drauf stehen zu bleiben doch doch jetzt oder auch nicht ich frage mich gerade bin ich besoffen oder der dozer hier gut ich habe ich habe auch aktiviert hier ist irgendwo ein hai nein das war daneben das war auch daneben hier ist irgendwo ein hai